Hey, so viele im ersten Überlebensdränke. Ich hätte voll überlebt, jetzt viel länger in dem Ding. Waldlangbogen. Braucht ihr Ausdauer? Bestimmt, ne? Wildwolflangbogen, der war ja, glaube ich, meiner. Hier. 15 Ausdauerkosten, krass, Feige schon, ich hätte Feuerschaden. Große Spannung, der hat 0,6. Zerlegen hier, Level 7 an der Sie, ach so, auch 7, der ist 7, okay. Okay. Krass, Mann. Salz, einfach Salz liegen lassen, so. Ich bin gerade begeistert von der Zerstörung dieser, dieser Kisten da. Ich glaube, die zwar noch nicht gefunden, die wir suchen, aber egal. Wachs. Oh ja, hier. So, wo können wir denn noch dahin eigentlich? Standort unten. Da, passt ja. Ich habe anscheinend die Tür aufgemacht, da ist sie ja. Die quescht. Cool. Oh, meine Waffe ist bald kaputt. Ist nicht immer so ein Ding, dass man das, ähm... ...reparieren kann normalerweise hier. Okay, das sind Knochen einfach. Macht Sinn. Ein paar Sachen anschauen, mehr genauer jetzt. Hearts. Das habe ich auch kaum noch zu Hause. Wie für Ren, wo es so gibt. Jo, wir holen können. Da können wir sie mal rausholen. Buchsetzling... ...unter Saatbeet. Okay. Da können wir dann selber anpflanzen. Hammer. Popcorn plus 2 unter Beurden. Vielleicht gibt Popcorn irgendwas... ...irgenden interessanten Buff. Achso, nicht bügt hier, Mann. Neue Quest. Okay, da fehlt nur noch der hier. Habe ich komplett. Habe ich komplett. Soll ich dann nach Hause? Kann man sich hier hin porten? Nee, gell? Man kann sie nicht als... Gehen wir da mal hier hin? Ist das eh ziemlich in der Nähe. Komme ich hier nochmal hoch? Eigentlich? Irgendwie? Oder muss ich wieder Kunststücke machen... ...mit dem Haken? Ich glaube, hier ging es nicht hoch. Hier war Ende. Ja. Aber cool. Schön, alles erledigt hier. Das war die Tür am Anfang, ja. Direkt. Wird das jetzt kalt, oder was? Kalt? Warum sage ich kalt, Euter? Ich meine dunkel. Was ist mit mir? Meine Waffe ist gleich her. Haselnüsse habe ich auch noch nicht. Haselnüsse habe ich auch noch nicht. Jetzt kann man aber nur noch Holz rausgehen. Okay, in Äste. Ich hätte vielleicht doch den anderen behalten, soll nicht kaputt machen, weil wenn man... ... 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 habe ich keine mehr für Nahkampf, für eine Hand. Stoff habe ich keins mehr für die Bandagen. Okay, Haselnüsse hier, krass. Bestimmt für irgendwelche Rezepte zum Kochen. Auf jeden Fall eine Flamme ist hier, da sind auch Gegner. Erdbeere habe ich gesammelt. Das ist für eine Pflanze hier. Ja, okay. Ja, okay. Flamme aktiviert. Er schießt die Pflanze auf mich. Level 11! Jetzt sagt man nicht, dass alle Gegner Level 11 sind. Ich mache ja gar keinen Schaden mit Level 11. Also auf Level 11. Ich sehe nix. Da steht nicht effektiv. Was bringt denn die Ding? Drei Gesundheit wiederherstellen, okay. Da steht nicht effektiv, aber ich habe voll den 50 Schaden gemacht. Ich habe ihn schießen lassen. Ich bin wahrscheinlich für den 5-gen-10-20-09-10-10. Es ist für ein bisschen für die meisten Faktoren. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. ich habe so eine scheiße auf dem kopf ist los gar nicht oder doch mit der zeit wenn man die bärde machen hier krass pflanze entgegen krass gift sagt vergiftete kupferfeuer jägerin ok cool ja aber ich hoffe mal doch dass ich habe auch keine waffe mehr ich hoffe mal dass hier nicht alles level 11 ist dann bin ich schon so weit vorgedrungen muss doch muss doch leben vorher ok die habe ich gesehen doch level 11 muss weg laufe auf zu spannenden bogen also ich sehe mich jetzt nicht mit level 11 kämpfen da bin ich noch ein bisschen zu klein dann lasse ich das krass ok 3 wölfe weg ist level 11 7 ok schon ein bisschen besser mit 7 ich habe mal eine idee wenn ich jetzt hier so mache interessant ich wollte zwar nicht die zwei noch aus der andere ist kaputt gegangen deswegen habe ich sie automatisch genommen ok glühwürmchen kann ich hier stehen bleiben und da fehlt noch da fehlt noch ein punkt scheiße man ich werde halt diese einser punkte skillen wollen mit leben und so erhöht deine kondition kondition ist ja müsste ausdauer sein ne kondition kondition ja dann geschick im attribut geschick soll man noch warten hier auf die vier punkte mit dem doppelten gleiter oder sollen wir hier die einzelpunkte rein tun in ausdauer also ausdauer und zweimal leben ist das jetzt schon mehr leben oder hier noch und hier noch ausdauer ich kann ja eh zurück skillen ok jetzt habe ich zumindest die punkte verteilt ich hoffe das ist richtig jetzt ich habe kaum noch taschenplatz skill aus einem der gefährlichsten materialien der welt ist es wäre keine gute idee direkt zu berühren wie habe ich ihn denn dann gelootet glaube ich ich port nach hause lasse die sachen dann stellt die stell die dame auf die bäuerin beschwöre die bäuerin ja wird gemacht in entschroudet schrift um schall stapel ablegen stapel ablegen stapel ablegen soll man hier aus diesem jasmer mal länger überlebt das wäre eigentlich auch schlau das immer dabei zu haben musste meine tränke kiste hatte ich keine trankkiste gemacht doch trank und essen war doch eins ja ja also das sind auch neu deswegen beteilplatten habe ich so knochenmehl ist jetzt auch nicht zum essen also ich dahin kloes weiß fleisch kann ich grillen den den legendären bogen wollte ich gerne skillen wenn das geht erhöhte hinterhaltsschaden erhöht chance auf krit erhöht den hinterhaltsschaden erhöht krit hinterhaltsschaden ja hinterhalte oder egal voll ausgeskillt bösartig präzise bösartig brutal ok 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 ich repariere das ganze zum glück geht das so einfach diese einzelnen pfeile holzpfeil wir müssen uns die stärksten pfeile mal herstellen weil wir schon den bogen haben das wären die ich glaube sogar die schrottpfeile sind die stärksten loll ich habe hier hatten schild ich habe es nie gesehen diese magische erlaubt es die physische angriffe zu blocken blocken verbraucht ausdauer knochenmehl magische schild aus der range oder wie verstehe ich das kann ich halte ich die hand dann so hin habe ich ein armband oder was spektral schild physische angriffe zu blocken das ist hier die kraftig ist da parierkraft 20 haltbarkeit 20 parierkraft 13 haltbarkeit 100 auch giftresistenz ist hier auch noch ich stelle mir erst mal das normale schild her ne äh garn metallplatten und holzscheite eine habe ich ja habe ich gesehen holz wie mache ich das jetzt das 1 da bleibt wegen dem auffüllen deswegen was wird es hier gemacht 6 6 garen hast du die 2 der holz kann ich ja auch nehmen fast 6 garen herstellen da brauche ich die äste das habe ich nämlich auch nirgends so fix kann ich ein zweck nehmen habe ich ja noch gar teil 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 ist auch blöd ne das ist falsch hier hier glaube ich weiß ich nicht mehr fünf platten braucht es das dauert gibt es noch also holzsäure hier aus den gleichen materialien hier mit der kohle hergestellt ich habe ich suche das hier ich suche das hier kohle metallschrott ist ein bisschen ein bisschen verpeilt gewesen erde wo wir da drin lassen und stapel teilen so jetzt hat es okay aber ich brauche noch eins war gut dass noch welche drin sind hier kohle haben wir kohle alles da rein getan oder haben wir irgendwo hier kohle noch gelassen gut hier ist der ganze im jahr erstmal scheiß hier ich habe das system aber ich weiß nicht was das ding nicht gibt dann gibt es doch nicht feuerstein glaube nicht hätte ich doch durchlassen so gehen sollen oder macht sie okay macht sie so oder so ach so metallschrott fehlt nur metallschrott müsste ich mitgebracht haben ja ok sauber ok das ist ja auch nicht in sind das brennt ja auch das ganze mache ich für das schild wir können in der zeit bis es was bis hier irgendwas passiert können wir unsere dame hinstellen durch den stab den wir normal hier haben sollten 7 ja bäuerin ich darf mich da nicht mehr drehen oder was so ok nett ey wieso ist das jetzt 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 geht von alleine hey das schaue ich dir von alleine hallo wieso hey was geht hallo hallo ich bin nicht schlau wieder weg jetzt der ist gruselig der ist gruselig ja es ist was steht schon neu hallöchen was wird 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 herstellen was ist denn hier schönes popcorn plus ausdauer regeneration das ist geil anforderung bäuerstelle hat sie doch oder ressourcen maiskolben honig saadbeet farmboden farmboden erde und knochenmehl popcorn feuerstelle west du tust das flammblut du heilst dir die hochweiden aber unser welt ist unsere welt unsere welt ist riesig glaub mir ich habe sie schon so oft bereits richtet dein augenmerk auf die warte im düster dickicht das wird unsere welt weiter öffnen wir sind alle bei dir amen aber sie zu weit von dem ding weg oder wie gestellt so können wir uns schild hier können auch ein feuer bauen einfach endlich ein schild der richtige maustaste ausrüsten der maustaste löschen löschen ok das sieht jetzt schon besser aus ok das sieht jetzt schon besser aus das sieht schon besser aus oh herstellen sie braucht eine feuerstelle dann kann man die in die mitte hinstellen wieder kann ich sie respawn glaube ich mit diesen grausen ich kann auch in lager fahren ich probiere es mal so sieben bäuerin wo ist sie da hin so wenn du sie drauf kann sogar drauf aber ich glaube dann ist es halt blöd mit dem kochen oder aber ich kann sie ja wieder weg tun zur not dann hat sie safe eine feuerstelle herstellen und hier ist kochen ja geht hat keine feuer ich brauche das lagerfeuer ja ist ja gut aber warenversuch wert warenversuch wert warenversuch wert auf den tisch stellen ok lol vielleicht wenn wir lagerfeuer bauen ok a feuerstelle ne dass er was anderes auch sieht doch anders aus Okay, dann müssen wir schauen, ob... Bin ich sicher, vielleicht habe ich ja Upgrade gehabt. Ich habe ja nie wieder geschaut. Stühle, Bänke, Dekorativgeschirr, Baulagerfeuer. Dann eins rüber geht nicht, ne. Hörst du den Bauch mal. Teilblock, Steuerumhacke, Gleiter, Komfort, Tische, Feuerstelle. Sieht aber nicht so aus wie die andere. Sieht aus wie ein Lagerfall mit so einem Tri-Pot da unten. Dann hängt da... Hängt da so ein Metalltopf. Vielleicht kommt er später noch. Gut, ich kann bei ihr eh nichts machen. So, nur das benötigt Feuerstelle. Saatbeet und so geht. Farmboden, Erde und Knochenmehl. Ich brauche 10, 30 Knochenmehl und äh... 70 Erde oder was? Wie viel ergibt denn das? Gibt 10. 7 Erde, 3 Knochenmehl. Knochen, wenn ich aus Knochen nicht Knochenmehl machen? Das war nur bei 7, gell? Das war nur bei 7, gell? So. Doch, geht, geht. Es waren nur 3. Und dann brauchen wir Metallschrott. Das haben wir hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles reingetan habe. Ne, falsch. Hier. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel. Aber geht, reicht. ein Saatbeet habe ich hergestellt. Dann hier runter. Pausiert, herstellen. Ähm... Buchsatzling. Ein Setzling, der zu einer Pflanze heranwächst, wenn er in die richtige Erde eingesetzt wird. Also kann ich selbst hier anpflanzen. Brauche ich das? Ja. Ja, das ist ja. Ach, es gibt ja noch mehr Rezepte, warte. Ah, roter Pilz, Erdbeer. Da habe ich ja noch eine Erdbeere. Erdbeere, Farmboden und Wasser. Ah, Bärenbuchsetzling, Maisetzling. Okay, okay. Ich verstehe. Okay. Erdbeere, hätte ich eine, Farmboden habe ich nicht. Für Farmboden, glaube ich, ist Knochenmehl jetzt gefehlt oder so. Lässt sich echt nicht aus Knochen, Knochenmehl machen? Warte, da habe ich nicht so ein Ding gehabt, so was wie ein Mörser, habe ich da irgendwie... ...so was wie ein Mörser irgendwo gelernt? ...ich trockenes Fell... ...für sie denn? ...verlorene Handspinnel. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit einer Handspinnel könnte ich bessere Rüstung für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düsterdickich verloren. In der Nähe von Westcott, als ich rastete. Warte nicht länger, ich halte dir den Rücken frei. Ja, die Kopf sind gar nicht, fang mir gar nicht mit. Ein Giftsack, 25 Pfeile habe ich. Ich brauche dafür Kupferpfeil. Tierfell. Harzfackel, Wachsfackel, ah, okay. Die halten länger. Esst der Stofffetzen, Harz, Wachs. Ein Gegenschutz gegen Endriff, eine Pfeile, cool. Bärset, Dingset. Und dann machen wir das hier. Machen wir das. Ich möchte nur das eine Ding da wegtun. Äh, das Schild. Muss man dann da hingehen. Zu dem Schild. Und das wegmachen. Ähm. Abwählen. Und dann tue ich das andere. Anwählen. Die da. So, Äste, Stofffetzen, Harz, Wachs. Ich habe das alles ja sortiert. Hier müsste der Wachs drin sein. Das müsste jetzt noch angezeigt werden. Kann man das nicht mit dem Shortcut machen, mit dem Teilen sofort? Reicht der eine, kann ich ja da reparieren. Und abwählen. Jetzt habe ich eine bessere. Normale Fackel, Haltbarkeit 50. Könnte ich ja löschen. Und dann die hier, Haltbarkeit 100. Das macht doch mehr Schaden. Jo, ist doch schön. Das ist doch schön. Na, da kommt jemand da schnell. Okay. Wieder ein paar gemacht. Und jetzt würde ich sogar hier wieder Shift R Ablegen. 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 Und ablegen. Ich habe noch einiges mit Essen. Essen habe ich zu dem Elixieren hin. Ich glaube, ich kann das Essen, warum ist das Tier hier? Alles was für Tiere. Aber das Elixiere, könnte ich glaube ich hier enttun. Weil das sind halt auch viele verschiedene. Und das ist mit dem Essen halt schon zu viel in der Kiste. Hier habe ich im ersten Mal Stuff, genau. Hier habe ich Essens Stuff. Kann ich die Beere dann hin tun? Knochenmehläste hier. Ah, den habe ich eh angezogen. Der Stab kommt her. Im ersten Mal Stuff kommt her. Das würde ich noch grillen. Warte. Tun wir das da hin. Tun wir das da hin. So. Einmal. Zweimal. Und... Dreimal. Yay. Uh. Voll bescheuert, ey. Feuersteinpfeile. Okay, Holzpfeile, Schrottpfeile. Feuersteinpfeile. Schrott ist immer noch am heftigsten. Warum denn? Warum ist denn Feuerstein nicht so gut? Wo mache ich mir die Pfeile? Wo mache ich mir die Pfeile? Ich dachte bei ihm auch. Bei ihr? Pfeile, hier. Pfeile, hier. Kupferpfeile brauche ich hier. Vergiftete Kupferpfeile, Schrottpfeile. Ich weiß nicht, woher ich die Kupferpfeile herkriegen soll. Das habe ich anscheinend noch nicht. Kupferpfeile können wir vorstellen, dass das er macht, aber... ...der hat das nicht. Oh, alles noch! Hier können ich Äste hin. Ich kann erst immer, da habe ich es hier falsch getan. Na, hier. Mach ich mir mal ein paar Sprottpfeile, die die zweitbesten füllen. So, ich könnte hundert Stück machen. Feuersteinpfeile... ...löschen. Holzpfeile... Was ist denn mit ablegen gemeint? So, ist das geladen? Noch? Ein paar Äste holen, oder? Ist mal komisch, wenn ich an der Basis bin, ist das schon interessant, da die Sachen zu machen. Irgendwie langweiligt mich auch mit der Zeit, das, was ich mache, da. Ist ja komisch. Also mich selbst hier. Sehr wild hier. Mhm. Hussein, Hussein. Ich mache mit dem zwei ein Tier. Immer eins hier, oder? Alles neue Licht an, schon hier. Oha. Von hinten an der Geschossen, oder was? Warum looted das eigentlich nicht so, ohne dass ich reingehe, in das Teil? Also, auf dem Weg zu den Ästen, sag ich mal. Der Vantage ist immer gern gesehen. Bist immer gern gesehen, so ein Bandage. Okay. Dann back to so, 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 so Rots. Äh, Äste. Äste, überhaupt das Land. Äste, Mäste, hier. flammata um basis verbessern baue einen weiteren flammaltar ich baue einen weiteren flammen alter um das zu vergrößern ich dachte das wird einfach größer so da wo es ist in der gegner ist echt krass mit dem mit den ästen es gibt gegner sind 1000 ästen nebeneinander das bären oder auch erste ich wollte jetzt nicht angreifen ich dachte es ist zwar entbannen oder so was ist irgendwie falsch hier vorhin so getauscht ja ja ok ok feldfetzt ne so viel zu äste oh habe ich schon mal doch da war ich schon mal da war ich schon mal brauchte ich gar nicht nehmen kann ich gleich wieder wegschmeißen jetzt bin ich zu abgehoben weißt du holzfeile nix da auch erste für schrottfeile oh die ist mir kaputt gegangen die war so teuer in der herstellung ich muss aufpassen ok ich dachte die geht so wie die anderen sachen einfach kaputt und man kann sie dann reparieren ok dann reichen auch normale also ob ich da immer aufpassen würde bei der fackel kann man irgendwie umwandeln holz zu äste ah nicht geschaut in der gegend sind gar nicht so viele schöne äste ich wiederhole mich aber das ist mir schon gestern aufgefallen als ich vorher in irgendeiner gegend da war habe ich nur äste gefunden so ein ganzes feld voller äste ach füür ein für hier Irgendwann kann ich immer einen herstellen. Sind da Äste drin? Sind da Äste drin? Nee, gell? Das ist keine Geheimtür, war ja letztens hier. Was sind das eigentlich für Sachen, genau? Ach so, Meisel. Gut, gut, gut. Suche Äste. Suche Äste, Mäste. Nur noch vier. Dann kann ich mir noch Schottfall herstellen. Dann werde ich wieder ready für den Krieg. Kann noch ein paar Pilze grillen. Ah, hier. Oder das Bären. Ja, guck mal. Geht ja. Noch ein Ast. Diese rasante Dunkelheit, die ist irgendwie, haben das, passt alle Spiele gleich. Jawoll, Hersteller war eine Menge. Yay. Wo bin ich denn? Hier? Ja. Ich hatte am Anfang ja auch Sachen für Glühwürmchen gebraucht. Also, ähm, nicht Sachen, sondern, äh, für, äh, nur für die Lampe. Okay, äh, Sachen werden ein bisschen übertrieben. War hier nicht noch so ein Ast? Ne, Bären sind das hier. Wenn ich jetzt hier klopfe, kriegen wir da keine Äste? Nur Holz? Anscheinend, ja. Zack, 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 rein da. Doch, ein paar Äste kriegt man auch. Okay, dann kann man Holz hocken. Gut. Dann stellen wir uns die Pfeile her. Der hat noch eine Quest. Noch mal eine? Äh, guck auf, Bärener. Habe ich. Ja, klar, always keep moving. Ja, nein, sicher. Ich bleib halt nicht stehen. Klar. Gisie. Alte Bücher. I'm moving around. Und mir erstmals darf es hier. Holzpfeil, Blödsinn, löschen. Die behalte ich, das tue ich auch löschen. Stottfalle 100, geil. Äste, kommt noch irgendwo hin. So. Na, der bräuchte Fakker, gut. Ja, nice. Sind wir ganz schön weggekommen heute bis jetzt, ey. Wahnsinn. Sie hat noch eine Quest, habe ich gesehen. Oder eher? Ich habe gerade noch eine Quest für mich. Okay, dann nicht. Er. Dann vielleicht. Hä? Habe ich gerade einer mit Ausrufezeichen da? Nö. Ja, dann nicht. Nicht so schlimm. Tag 2 entschraudet. War viel besser als Tag 1. Ich bin gut zurechtgekommen. Und ich freue mich auf später Tag 3. Sehr geil. Vielleicht hat es euch auch gefallen. Und dann sehen wir uns am dritten Tag. Tag 2 entschraudet Ende.